Heyo, ihr kleine Zauber und Herzlich willkommen zu meinem Part 2 Gartenscape zu meinem Projekt Wir haben glaube ich aufgehört da wo wir den was heißt den, das Baumhaus repariert haben und ja wir warten eben bis es geladen ist so er liest wiederum Zeitung wieder und das Glücksrad ist da und stop fast nur ein Jackpot aber eine Bombe Doppelbombe glaube ich und hier sind wir bei diesem Areal sind wir fehlen ein Rechen dafür müssen wir jetzt ein Level spielen und ich sage wir stürzen uns direkt in Level 10 so du oh mein Gott so schnell sieh sieh joh alter schwede alter speed 1 activated alter die durch die explosion legt das gewalt einfach lol okay ja ich weiß ich kann die direkt wiederum umtauschen ja wie ich will aber ich will es nicht was ich kann die was ich kann die Bohnen das wird mir doch gar nicht mehr gesagt warum der Bohnen sieht schon geil aus erstmal den nehmen ok wir können direkt hier die Kampagne weitermachen und ein Rechen finden da ist der Rechenung es gibt natürlich auch ein paar zwei von diesen Gämen zwar Homescapes das dreht sich da um die Villa und wenn ich dieses Projekt abschließt bin ich für den vielleicht sogar schon nochmal überlegen das zweite Game als Projekt anzusehen und dann schon durchzustarten mit diesem Projekt aber wir machen natürlich erstmal das hier mit den Rechen natürlich erstmal die Laubblätter wegmachen ist doch immer schön müssen wir noch leider im Herbst auch mal machen ist halt zwar Arbeit aber egal breche das Laub weg und dafür muss ich die Level spielen ernsthaft dann mache ich lieber direkt zwei Level für zwei Steine oh wir sind sogar ein Thema Herbst angenannt hehehe ok wir müssen versuchen die Limbus nach unten zu bringen das müsste nicht so schwer sein so ja hier oben oben ist sie noch genau Entschuldigung für ich Entschuldigung fürs Game ja hier oben ich bin hier oben und ich bin ich bin ich bin ich habe genug ich bin so boom zack ok ich starte direkt mit zwei Bomben Entschuldigung, das ist natürlich gut Boom So, putz Eine Dumme fehlt noch Boom Geschafft Okay Jetzt können wir endlich mal das Laub wegrächen Da können wir in den Laub angucken, wie sich das entwickelt Ja, wünsche ich mir auch das Laub Irgendwann, wenn es den Boden berührt weg geht Das würde ich sogar sehr schön finden Ja Ein umweltfreundlicher Kompost Oh, eine Doppelbombe Einen Auftrag können wir schon abschließen Und zwar Grabe eine Gruppe Jo, da müssen wir jetzt auch noch einen Auftrag machen Da mache ich gerade schon vier Level Für vier Sterne Ist glaube ich am besten So Und zwar gut gut was passiert wenn man zwei regenbogen nein ich will zuerst was passiert was machen die nicht ok ist das Level schon mal abgeschlossen so ich würde jetzt sagen dass wir uns als nächstes Level stürzen und jo erstmal Bomben aktivieren und das ok 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 ok